Die Kernzielgruppe für das Förderprogramm bei T-Plus sind vor allem die etablierten kleinen und mittleren Unternehmen mit dem Sitz in Bayern. Wir haben einfach einen Basisfördersatz von 25 Prozent und dann gibt es noch eine Komponente, die von der Unternehmensgröße abhängt. Das ist bei mittleren Unternehmen plus 10 Prozent, das heißt 35 Prozent Förderquote und bei kleinen Unternehmen sind es bis zu 45 Prozent sind möglich. Im Vergleich zu einem Darlehen muss dieser Zuschuss eben nicht zurückgezahlt werden. Herzlich willkommen bei Förderprogramme einfach erklärt, ein Format des Bayern Innovativ Podcasts Innovation Leben. Ich habe heute Dr. Stefanie Ried vom Projektträger Bayern zu Gast und wir werden gemeinsam für Sie die Vorteile des Bayerischen Technologieförderungsprogramms Plus kurz und kompakt erklären. Wenn Sie also eine neue innovative Technologie in Ihrem Unternehmen haben, die es wert ist, gefördert zu werden, dann sollten Sie diese Folge unbedingt bis zum Schluss anhören. Mein Name ist Christoph Reitl, schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Fördermittel einfach erklärt. Hallo Stefanie, schön, dass du heute da bist. Ich begrüße dich ganz herzlich im Podcast. Hallo Christoph, vielen herzlichen Dank und ich freue mich sehr, hier zu sein und dass wir heute über das Thema Förderprogramme sprechen können. Es ist ja zweifelos eine große Herausforderung, neue innovative Technologien in die Praxis zu bringen, da in die Umsetzung einzusteigen. Und ja, wenn da Produkte oder Verfahren nicht state of the art sind, dann kann sich der Prozess wirklich als kostenintensiv und als sehr komplex erweisen. Da kommt euer Förderprogramm bei TP Plus ins Spiel. Stefanie, für wen ist dann das Programm genau gedacht? Ja, die Kernzielgruppe für das Förderprogramm bei TP Plus sind vor allem die etablierten kleinen und mittleren Unternehmen mit dem Sitz in Bayern. Um das jetzt so ein bisschen einzuordnen, also bei kleinen Unternehmen sprechen wir von Unternehmen mit weniger als 50 Mitarbeitenden und einem Jahresumsatz von weniger als 10 Millionen. Und bei mittleren Unternehmen sind wir dann schon bei Unternehmen mit bis zu 250 Mitarbeitenden und einem Jahresumsatz von bis zu 500 Millionen Euro. Im Einzelfall können wir auch größere Unternehmen berücksichtigen, so im Bereich bis zu 400 Mitarbeitenden oder sogar Großunternehmen. Da sind jedoch wirklich Abstimmungen notwendig und heute konzentrieren wir uns wirklich auf die kleinen und auf die mittleren Unternehmen, die wirklich im Fokus von diesem Förderprogramm stehen. Genau, so klein sind sie ja gar nicht. Also das trifft ja doch auf viele Unternehmen auch zu. Jetzt haben wir über die Größe gesprochen, aber gibt es auch eine Beschränkung, die dieses Förderprogramm jetzt hinsichtlich der Technologien hat, die gefördert werden? Das ist wirklich einer der Vorteile von bei TP Plus. Das Förderprogramm TP Plus an sich ist erstmal technologieoffen. Und auch in der Praxis fördern wir hier Firmen aus den unterschiedlichsten Bereichen. Das heißt eben von eher den klassischen Anlagen, Maschinenbau, Metallverarbeitung, dann aber auch über andere Branchen, Aerospace, Biotechnologie, Medizintechnik, Elektrotechnik, Automotive bis hin dann zu Recycling, Werkstoffindustrie und auch Energie- und Umwelttechnik sind wirklich die unterschiedlichsten Branchen, die wir in Bayern haben, auch bei uns bei den zu fördernden Unternehmen vertreten. Ich habe es mal so versucht mitzuzählen. Mir wäre jetzt gar nichts aufgefallen, irgendeine Technologie, die nicht dabei ist. Also an sich jeder, der im Technologiebereich unterwegs ist, kann sich an euch wenden. Ja, das ist das Schöne. Jetzt, wenn ich mir Förderungen anschaue, wenn ich sage, hey, ich bin in dem Technologiebereich tätig, wann explizit wende ich mich denn an euch? Wann kann ich mich da für die Förderung anmelden? Ja klar, es gibt wirklich einfach verschiedenste Förderprogramme und bei uns geht es jetzt eben explizit um Entwicklungsvorhaben, Entwicklungsprojekte und das ist dann der Fokus für technologisch neue oder deutlich verbesserte Produkte und Produktionsverfahren. Das heißt, was jetzt hier wichtig ist, es muss ein hoher Innovationsgehalt bei dem Projekt sein und das heißt eben, das Projekt geht über den aktuellen Stand der Technik deutlich hinaus. Ich mache also nicht nur eine Verbesserung von was Bestehen, sondern wirklich was Neues, was Innovatives. Ja, es muss schon eine deutliche Verbesserung sein, beziehungsweise meistens sind es wirklich auch einfach Neuentwicklungen von Technologien. Und bei uns ist dann nochmal so der Fokus, es sind Einzelvorhaben, weil wir haben ja auch Verbundförderprogramme und bei TP Plus geht es jetzt explizit um Einzelvorhaben. Und die wesentliche Umsetzung soll in dem Unternehmen stattfinden, eben mit dem unternehmenseigenen F&E-Personal. Genau, also Personal, das in Forschung und Entwicklung tätig ist. Welche Kosten sind denn da förderfähig? Geht es nur ums Personal? Wir können einiges an Kosten fördern und zwar wichtig ist immer, dass sich die Kosten eben auf die technische Entwicklung beziehen. Das heißt eben, was wir gerade schon erwähnt haben, wir können eben die Personalkosten fördern. Wichtig ist eben für eigenes, technisches und festangestelltes Personal. Aber bei so Entwicklungsprojekten kommen ja schnell noch ganz andere Kosten dazu. Das heißt, was wir auch fördern können, sind Kosten für Instrumente und Ausrüstungen, soweit die eben für dieses Entwicklungsprojekt notwendig sind und neu angeschafft werden. Wichtig ist auch, wir können auch in einem bestimmten Bereich auch Dienstleistungsaufträge an andere Unternehmen fördern, wenn es eben um technische Entwicklung, Beratung, Konstruktion geht. Dann fallen natürlich immer noch irgendwo Materialkosten, Bedarfsmittel an bei einem Prototypenbau. Also klar haben wir einfach die verschiedenen Komponenten. Das können wir unter der Kostenkategorie sonstige Betriebsausgaben fördern. Und was wir hier auch noch fördern können und viele immer nicht so ganz auf dem Schirm haben, ist das Thema Schutzrechte. Und zwar können eben Kosten für die Erlangung, die Validierung und die Verteidigung von Patenten gefördert werden, die sich eben auf das Entwicklungsprojekt beziehen. Damit dann nicht jemand anders mir die Idee klaut. Genau und halt eben auch, dass wirklich die Unternehmen ihre Patente erweitern können und das ist eben hier förderfähig, die Patentkosten. Spannend. Jetzt haben wir darüber gesprochen, was förderfähig ist. Ich nehme an, es gibt auch Voraussetzungen, die zu erfüllen sind, damit ich überhaupt als Unternehmen gefördert werden kann. Gib uns da mal einen Einblick dazu. Ja, mache ich sehr gerne. Natürlich gibt es einige Voraussetzungen, die sind einfach in den Richtlinien vorgeschrieben. Und auch in unseren Beratungen gehen wir dann gerne im Detail mit den Unternehmenslauf ein, dass wir immer so ein bisschen schauen, wo sind eventuell, wo ist noch mal Abstimmungsbedarf, wo ist der Fokus. Jetzt hier werde ich jetzt einfach mal die fünf wichtigsten nennen. Das heißt, was wichtig ist, ist einfach, dass das Vorhaben im wesentlichen Teil in den Unternehmen durchgeführt wird, eben mit dem Sitz in Bayern. Und auch, dass die spätere wirtschaftliche Verwertung eben in dem Unternehmen stattfindet. Das heißt, das Unternehmen davon profitiert, was wir auch fördern. Dann ganz wichtig, das Vorhaben darf noch nicht begonnen sein. Also deswegen bitte frühmöglichst mit uns Kontakt aufnehmen. Und das Vorhaben an sich muss technische und wirtschaftliche Risiken besitzen, was normalerweise bei einem Innovationsprojekt von alleine gegeben ist. Dann als nächste Voraussetzung ist noch, dass das Projekt und das Ziel des Projektes soll irgendwo in ein Produkt- oder Produktionsverfahren münden. Und diese soll auch mittelfristig wirtschaftlich erfolgsversprechend sein. Das heißt, wir schauen uns dann wirklich einfach im Detail an, wie ist die dargestellte Verwertungsperspektive im einfachsten Fall, wenn es ein konkretes Produkt ist. Wie soll das neue Produkt vertrieben werden? Wer ist die Zielgruppe, die Kundengruppe davon? Was ist das wirtschaftliche Potenzial auch in der Branche? Hat das Unternehmen bereits Zugang zu dem Markt? Das ist aber, wir sprechen hier wirklich mit den etablierten Unternehmen, die kennen ihre Branche sehr gut, wissen genau, wo sie sich auch eben gegen die Wettbewerber positionieren können. Dann, was auch relevant ist, ist ein volkswirtschaftlicher Beitrag. Also, wie wirkt sich eben ein erfolgreiches Entwicklungsverfahren auf ihr Unternehmen aus? Können sie neue Arbeitsplätze schaffen? Wie profitiert die Branche und die Kundenzielgruppe davon, wenn sie ein neues Produkt verkaufen? Welche Herausforderungen werden durch diese gelöst und wer profitiert dadurch auch? Und gerade im Bereich Medizintechnik ist eigentlich sehr schnell ein volkswirtschaftlicher Nutzen da. Das heißt, es gibt dann eben auch Aspekte, die sich auf ganz Bayern, Deutschland oder international auswirken. Wie? Jetzt haben wir vier Voraussetzungen. Es gibt noch eine fünfte. Ja, das stimmt. Und zwar ist einfach, ihr Unternehmen muss über das notwendige technische und betriebswirtschaftliche Potenzial verfügen, um das Entwicklungsprojekt durchführen zu können. Das heißt, worüber wir auch immer sprechen müssen, ist einfach, dass die Finanzierung des Eigenanteils gesichert ist. Also es muss schon so ein gewisser Businessplan auch dahinter hängen, wie ich die ganze Entwicklungsphase finanziere, damit ich dann auch in den Genuss der Förderung komme. Kompakt erklärt. Mit welchen Fördersätzen, mit welchen Zuschüssen kann ich denn als Unternehmen rechnen, wenn ich die Bedingungen alle erfülle? Genau. Das hängt jetzt tatsächlich von der Größe des Unternehmens ab. Also wir haben einfach einen Basisfördersatz von 25 Prozent. Und dann gibt es noch eine Komponente, die von der Unternehmensgröße abhängt. Das ist bei mittleren Unternehmen plus 10 Prozent, das heißt 35 Prozent Förderquote. Und bei kleinen Unternehmen sind es bis zu 45 Prozent sind möglich. Das ist aber auch notwendig, denn wenn wir uns jetzt so typische Förderfächer Gesamtkosten anschauen, wir sind einfach schnell im Bereich von 400.000 bis auch ein bis zwei Millionen Euro. Wir sprechen hier über Entwicklungsprojekte, die oft einen Durchführungszeitraum von eineinhalb bis zwei Jahren haben. Vielleicht kannst du es an dem Beispiel nochmal konkret machen, einmal durchrechnen. Na klar, gerne. Also wir bleiben jetzt einfach bei den kleinen Unternehmen und ich nehme jetzt einfach Förderfächer Gesamtkosten von 1,5 Millionen Euro. Das ist einfach recht schnell erreicht und durchaus realistisch. Das heißt, wir haben eine Förderquote von 45 Prozent. Das heißt, die Fördersumme beträgt dann 675.000 Euro. Und das ist wirklich schon beträchtlicher Anteil. Das heißt, da möchte ich eben auch nochmal betonen, also die Förderung bei TP-Plus-Programm ist ein Zuschuss. Das heißt, im Vergleich zu einem Darlehen muss dieser Zuschuss eben nicht zurückgezahlt werden. Und weil wir gerade vorhin schon mal das Thema mit dem Eigenanteil hatten, der ja irgendwo von der Firma finanziert werden muss. Das heißt, der Eigenanteil so gesehen reduziert sich dann von 1,5 Millionen Euro auf 825.000 Euro. Und das ist ja doch ganz ordentlich. Sag ich, jetzt stehe ich vor so einem Projekt. Ich habe, das habe ich mitgenommen, noch nicht begonnen, ganz wichtig. Und sage, Mensch, das wäre vielleicht interessanter. Da könnte ich vielleicht Möglichkeiten haben, so eine Förderung zu bekommen. Wo, wie, wann beantrage ich das Ganze? Also Ansprechpartner sind wir hier, der Projektträger Bayern, als eben zuständiger Projektträger für diese Förderrichtlinie. Mit uns können Sie am einfachsten den Kontakt über die Förderlotsen und die Förderhotline aufnehmen. Dann das offizielle Antragsverfahren bei TP-Plus ist zweistufig. Die erste Stufe stellt so einen Kurzantrag dar. Wir sprechen auch von einer Skizzenphase. Hier geht es darum, dass das Unternehmen eben erst mal sich und auch das Entwicklungsprojekt vorstellt. Wichtig ist natürlich auch wieder der Fokus, was wir vorhin hatten. Thema, wo ist die Innovation? Wo ist die Abgrenzung zum Stand der Technik? Welche technischen Risiken können in diesem Projekt auftreten? Und wie ist die geplante Verwertung? Wenn dann so die eingereichte Skizze positiv bewertet wird, wird dann das Unternehmen zur Antragstellung zugelassen und dann sind wir praktisch in der zweiten Phase. In der zweiten Phase, in der konkreten Antragsphase geht es dann einfach nochmal um die Details. Also wirklich zu schauen, wie ist eben ein Geschäftsmodell, wie ist ein Businessplan für das zu entwickelnde Produkt. Und auch, was wir vorhin schon angesprochen hatten, da müssen wir dann nochmal wirklich in die Details schauen. der betriebswirtschaftlichen Planzahlen und der Liquiditätsplanung, dass eben die Finanzierung des Eigenanteils gesichert ist. Gibt es da irgendwelche Fristen für das Programm? Kann ich mich immer zu einem Stichtag bewerben oder geht das das ganze Jahr über? Das ist auch einer der Vorteile von dem Bei-TP-Plus-Programm. Die Anträge können das ganze Jahr hindurchgestellt werden. Also es gibt keine expliziten Fristen. Wichtig an der Stelle, wir dürfen halt nur Vorhaben fördern, die noch nicht begonnen haben. Deswegen, sobald es klar ist, dass Sie ein Entwicklungsprojekt planen, nehmen Sie einfach frühzeitig den Kontakt mit uns auf. Ihr unterstützt ja auch in dieser ganzen Vorphase, in der Skizzenphase und gibt da sicherlich hilfreiche Ratschläge. Überblick In der letzten Folge von unserem Format Fördermittel einfach erklärt, haben wir über ein anderes Förderprogramm gesprochen, nämlich Bei-TP-Plus. Und auch da werden ja technologiestarke Unternehmen gefördert. Kannst du uns da mal die Unterschiede erläutern zwischen Bei-TP-Plus? Na klar, sehr gerne. Die Unterschiede der beiden Förderprogramme liegen vor allem in der Zielgruppe. Also bei TU richtet sich die Förderung eben explizit an junge Unternehmen, an Start-ups, die jünger als sechs Jahre sind. Und Zweck der Förderung ist die Stärkung der technologischen, der Basis eben dieser noch sehr jungen Unternehmen. Wichtig ist auch, dass die Unternehmen weniger als zehn Vollzeitmitarbeitenden haben. Und die Förderquote beträgt eben bei Bei-TU bis zu 45 Prozent. Bei-TP-Plus richtet sich dagegen halt eben wirklich an die etablierten kleinen bis mittleren Unternehmen. Da ist jetzt eben das Unternehmensalter kein Kriterium mehr. Und worüber wir gerade schon gesprochen hatten, ist, dass wir eben hier auch eine Abhängigkeit der Förderquote von der Unternehmensgröße haben. Das heißt, im Basisfördersatz 25 Prozent, 35 Prozent für mittlere Unternehmen und dann auch die 45 Prozent für die kleinen Unternehmen. Jetzt haben wir über Unterschiede gesprochen, aber ich glaube, es gibt auch viele Gemeinsamkeiten zumindest, was ich so im Hinterkopf noch habe. Genau, also es gibt eben einige Gemeinsamkeiten. Bei beiden Förderprogrammen ist eben der Fokus auf der Förderung der technologischen Innovation und der Neuheit. Und es ist eben wichtig, dass am Ende ein Produkt und auch eine wirtschaftliche Verwertung steht. Dann haben wir eben bei beiden das zweistufige Antragsverfahren. Und wir können Kosten in den gleichen Kategorien fördern. Also eben Kosten für Personal, Material, für Instrumente und Ausrüstung und eben auch diese fremdvergebenen Dienstleistungsaufträge sind möglich. Du wirst wahrscheinlich im Alltag auch ganz oft gefragt, wie kann man denn jetzt überhaupt das richtige Förderprogramm finden. Jetzt haben wir heute schon das zweite vorgestellt, haben gemerkt, Mensch, das ist eigentlich sehr ähnlich auch zu einem anderen. Wie finde ich mich da zurecht? Wie können wir es unseren Zuhörenden da etwas einfacher machen, wirklich schnell ans Ziel zu kommen? Weil es steckt ja auch wahnsinnig viel bürokratischer Aufwand dahinter. Ja, also was ich den Unternehmen ans Herz legen möchte, ist, dass sie mit den jeweiligen Projektträgern sprechen. Also jetzt ganz konkret bei TPU Plus und bei TU mit uns vom Projektträger Bayern, weil wir die entsprechenden Projektträger für diese Förderprogramme sind. Aber auch bei allen anderen Förderprogrammen. Schauen Sie bitte einfach nach, wer ist der entsprechende Projektträger und fragen Sie dort nach. Denn es ist einfach so, dass wir wirklich diejenigen sind, die tagtäglich mit den Unternehmen sprechen, die die Förderprojekte betreuen, die einfach auch die Feinheiten der jeweiligen Förderrichtlinie kennen. Und außerdem ist eben auch der Kontakt mit uns während der Projektlaufzeit wichtig. Also wir sprechen hier wirklich über innovative Entwicklungsprojekte. Man kann viel planen und es ist einfach so, dass zwischendurch die Planung von der Wirklichkeit eingeholt wird. Also deswegen da keine Scheu, einfach auf uns zugehen und den Kontakt mit den Projektträgern suchen. Das gibt, glaube ich, ganz oft auch einfach Sicherheit und nochmal so ein bisschen Rückhalt in so einem Projektverlauf. Genau, an der Stelle möchte ich eben auch nochmal auf das Thema Beratung eingehen, weil die ist einfach wichtig. Es sind komplexe Entwicklungsprojekte, wir haben auch komplexe Förderrichtlinien. Und hier ist es einfach so, die Beratung durch uns vom Projektträger Bayern ist für die Unternehmen kostenlos. Also deswegen bitte nutzen Sie auch diese Möglichkeit, die wir bieten. Und dazu einfach gerne den Kontakt über die Kolleginnen und Kollegen vom Förderlotsen mit uns aufnehmen. Ja, danke. Das war es für heute. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie dabei waren. Und den Link zum Förderprogramm finden Sie natürlich wie immer in den Shownotes. Ich freue mich, wenn Sie dann auch das nächste Mal wieder dabei sind und wir ein weiteres Förderprogramm vorstellen. Abonnieren Sie unseren Podcast, am besten bei Spotify, um keine Folge mehr zu verpassen. Und hinterlassen Sie uns gerne eine positive Bewertung, wenn Ihnen unser Podcast gefällt. Bis zum nächsten Mal. Ich bin Christoph Reitl und das war Förderprogramme einfach erklärt. Ein Format des Podcasts Innovation Leben von Bayern Innovativ. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.